Hi Ok Hey Hey Leute Kennt ihr uns noch? Geht, ich dachte du machst weiter weißt du Nö, reicht doch Man soll sich hier nicht gleich überarbeiten Ja genau Na jo, wir sind wieder da Wir sind immer noch da Ja, immer noch, passt eher Wir sind nicht weg Der Trailer war auch nicht nur da Um Leute anzukotzen So nach dem Motto, wir machen jetzt einen Trailer Releasen aber nie den finalen Teil vom Act of the Film Doch, der kommt noch Der hat gerade momentan ein paar Produktionsschwierigkeiten Ihr wisst ja wie das läuft mit den Sponsoren und so Da hat man nicht ganz so viel Geld dann im Peddo Aber das sollte demnächst irgendwann wieder gehen Tiger zahlt uns gerade nicht die Mülle, die wir brauchen, um das zu finishen Sind leider nur 750k Das reicht nicht Leider nein Aber das sollte nicht mehr lange dauern Ich kann leider kein Datum nennen Und auch keine Zeit Ja Grundsätzlich irgendwas Aber Im Nächst Also wir haben halt Wir haben halt einen richtig heftigen, brutalen Abonnenten-Zuwachs bekommen Von allem Und wir sind jetzt halt erstmal damit beschäftigt, das Geld zu zählen Also Wir müssen halt erstmal die Mille, die uns Tiger davor gesponsert hat erstmal richtig auszählen Aber noch nicht ganz halt Ja, ja, ja Das fehlt halt Und wir sind jetzt am verhandeln, dass da noch was fehlt und wie wir das jetzt am schnellsten kriegen Und deswegen waren wir noch am überlegen, ob wir irgendwie kurz ein Video über Ähm Ähm Äh André, was war das? Ein Video, wie wir dieses ganze Geld zählen Also es wird so ein 28 Minuten Video Wie wir einfach 750.000 Dollar Ja, wir werden im Dollar bezahlt Weil wer will in Swati bezahlt werden? Und dieses Video wird dann auch von dem Dollar gesponsert Ja, genau Es geht dann auch 28 Minuten Irgendwie muss man ja die 10 2 Mal voll kriegen Fast 3 Ja, also Der neue YouTube Algorithmus, genau Eigentlich müssten wir jetzt immer 10 Minuten Videos bringen Ich würd sagen, wir hören nach 3 Minuten auf zu reden und machen dann einfach ein Bild von Also ich drehe in die Tigerdose rein, die restlichen ziehen Okay, würde ich auch nicht Nicht gut Sind die 3 Minuten rum? Und ne, leider noch nicht Wir sind jetzt bei 2, 34, 35, 36 Ja, das reicht auch Nein, nein, 3, 3 machen wir noch voll Und, äh, ja Video kommt bald Und danach kommt auch noch locker ne Flut an weiteren Videos Die wir auch schon fast geplant haben Äh, ja Also ihr wartet nach dem Video Irgendwie so locker 4 oder auch nur ein Video Wenn überhaupt Na dann machen wir das Wir machen das immer Auf jeden Fall Also freut euch Der Action Film wird bald fertig sein Dauert wirklich nicht mehr lange Ähm, und Ja Dann sind wir jetzt schon Haben wir schon überzogen Also neue Videos kommen Vielleicht auch nochmal ein bisschen was Was altes Neues Was lange nicht mehr da war Vielleicht noch ein paar Kochen Videos Kochen Videos sind immer ganz Also kochen kommt safe Aber jetzt haben wir halt gerade so eine Phase mit Geldzählen Wo wir jetzt erstmal so ein paar Wochen ein bisschen raus sind Ja Aber danach geht's safe mit kochen Noch mehr Koks und Nutten Und noch mehr Geldzählen weiter Genau Weil das ist das was wir machen Geldzählen Und kochen Und fett werden Vom guten Essen Ja Wir sind halt so typische Gamer Wir wiegen auch alle Mindestens 200 Kilo Mindestens Essen Tag und Nacht Chips Und verlassen nur einmal im Schalter die Wohnung Weil wir uns neues Essen kaufen müssen Und die Parcours Videos Die sind doch nicht echt Die habe ich alle mit meinem Greenscreen gemacht Alles Auch alle von Stunkdrucken gedrehen Ich muss euch leider enttäuschen Wir haben da echt nichts selbst gemacht Ja Das wusste ich aber Wir sind auch immer hinter der Kamera Man hat uns grundsätzlich noch nie gesehen Ja Also so dämlich muss man erstmal sein Was sagt Philipp? Philipp ist halt Der kann's halt nix machen Der ist übrigens auch nicht am Start Der ist in Erfurt In Erfurt Ganz tief drin Ich In der Erfurt Und Und macht da irgendwie sein Studium Zeug Der hat also auch keine Zeit Der lebt auf der Straße unter der Brücke Den kann man nicht mehr erreichen Der hat ja kein Netz unter der Brücke Deswegen ist halt Scheiße Ja Jetzt sind wir schon bei 5 Minuten fast Oh André wie war so dein Tag heute? Meiner war sick alter Cool Ich hab das Geld verlegt was ich zählen wollte Mhm Ja Das ist ja schön Dann hab ich's auch nicht gesucht weil ich faul wie Scheiße wenn ich bin Ja ich hab Schokolade gegessen Krank man! Wie war die Schokolade? Ja den ganzen Tag Hat sie wenigstens gut geschmeckt? Ne ne Ah das ist doof Naja das ist das Ähm Falls ihr mal irgendwas besonderes sehen würdet Dann Könnt ihr ja irgendwelchen anderen YouTuber anschreiben oder so Anschreiben? Anschreiben ja Macht mal Content So guten wie den GOH Content bitte Das müsst ihr auch so schreiben Ja PewDiePie am besten Ja Weil der hat ja auch fast so viel wie wir Bis Mittwoch haben wir den eingeholt Ja Der Mittwoch vor dem Dienstag Vergiss das nicht Der Mittwoch vor dem Dienstag Nach dem Montag Ja Ja Ist klar Dann sind wir schon bei 6 Minuten Wir hauen rein Und das reicht noch langsam Ciao Leute Machts gut Wir zählen noch Geld und so Und dann ist bald der Film raus Tschüss Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.